Pfingst Polenbach, der 10. Juno, 2019, Feierhand, Racheich, heute war der langweiligste Dienst. Und wo war der? In der Hainstraße, gegenüber der alten Post, wo die Shuttle-Putze abfanden, zum Rohle. Ich habe ja über die Uhr Fahrdienst und dann sitzt sie ja da im Rathaus. Und am Sonntag bin ich beim Umzug. Das ist jetzt in der ruhigen Version. Und all meine Mitmusiker, der Lukas Bergmann, die Marisa Linz, Paula Hermannsberg und Boris Kleinertberg, die am Ende dann noch mit einem kleinen Stückchen Musik und dem Gleitmotiv, die die Freiburgs verabschieden. References. Das war die Musik. Das war die Musik. Das war die Musik. Die Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus Applaus